hallo und herzlich willkommen diesmal begrüße ich damals die mir diese ehre gegeben hat und wir scheunen jetzt einen gewissen mensch nach der alleine ist und eins los stimmt wir müssen ja hier aus dem nether raus ja bei mir gehst du richtig tief runter wo bist du so wir müssen zu 0 mv ich warte so lange du baust gibt suche ich mal nach allen teams also es lebt noch es lebt noch 1 2 3 2 ich zähle noch mal die teams auf ok 3 ok warte wir sollten lieber hier hoch also ich glaube es leben noch 67 teams aber ich bin mir auch ziemlich sicher dass ein paar davon nicht mehr mitspielen weil ich die namen nicht kennen also ich schätze es leben noch drei teams nicht nicht fassen es wird so riskant wenn wir einmal kurz leckerst ja ich weiß wo bist du hin hier zum solzern ja im nether richtig hart ich habe meine chance glaube ich wieder hat doch andere geantwortet echt ja ich habe es nicht gelesen hat geschrieben am so soll da ist ein pferd wo bist du ich bin am portal am 8000 pferd ja wenn wir ihn jetzt am sporn sehen ja dann dann aber mit ender pölz hinterher gell ja warte kurz und joo ist nett von mir richtig habe da steht da er stecken mit bauma wo dann der ist im netter oder wie du bist da baumann so ich glaube nicht das so jetzt ist unsere kiste ist das unsere kiste ja hier nein das ist einfach eine random kiste mit leder drin macht ja ich glaube unsere wurde abgebaut oder so ja okay wenn das random kiste ist sie nicht gesichert ist können wir darauf zugreifen das haben wir nicht da ist auch kein schild drauf wo ist unsere kiste hin gibt es nicht mehr man will es uns verarschen warte mal kurz warte mal kurz wo haben wir die nicht auch am sporn geht ja haben wir die stand ja hier irgendwo ja komm mal ist jetzt egal mit double ist jetzt witzig wer hat er in dem teil drin ist okay ich sollte mir mal kurz meiner wasser einmal ins inventar legen lass sie mal suchen vielleicht finden wir jetzt brauchen reisen ja schon aber hier alter lasst mal hier ein bisschen rumlaufen gucken wir nehmen die dings mit auf jeden fall sowieso aber hier hähnchen da nehme ich meine achse so lange wo ich auch keine mann kraft zu uns muss kurz hoch stellen vielleicht liegt ja auch schocker kein so jetzt welcher pass hat unsere teamkiste entfernt wenn sie das hühnchen mit betern schlag vielleicht mit einer achse oder so überhaupt keine wo du hast eine pickaxe geld damit nicht so eisen abbauen ist halt richtig scheiße ohne eisen wir können gar nichts machen das wäre eigentlich so interessanter von diesen kühlen eis das wäre ich habe noch zwei schocker kennen wollen wir das aber auch noch sugger kennen wie viel 21 wir können selbst pro 2 machen ja ich bin schon fast von pro 2 glaube ich mir fehlt auch noch ein teil jeder sollte ich auch aufsammeln kommt zu mir kommt zu mir hier drüben sie noch wieder oder egal wohin du bist ja gut jetzt das aber weiter und überfahren wir müssen noch schnell eine höhle suchen wir wollen halt noch ein bisschen so ein halbes der kalt erwarte ich es gut ja gut es reicht an kühlen habe jetzt schon 14 meter wollen wir kurz ein bisschen was von unserem leben ich nehme kurz die kühe da unten ist ein zombie mit der rüste ich habe gesehen als ich dachte vorhin dass wir ein spiel aber ich schlag lieber nicht mit einem schadens fünf schwert schlägst du mit einem guten schwer aber ich meine das hat noch 225 hits und wir können es ja mit eisen reparieren jetzt muss erstmal finden ich würde sagen wir kratten uns gleich rund haben wir nichts hatten wir gekämpft laufen wir zum sport tun wir nicht da vorne lass einfach warten wollen wir schwein mitnehmen entschuldigung wenn du so weit in der höhle sieht da ist eine hier ist ja ich nehme mal noch schwein mit ja ich habe stimmt wir sollten echt essen mitnehmen kommt halt nether ja da waren wir wahrscheinlich vor allem da zu feiten ist so eine sache macht sie lasst es lieber als davon ist eine höhle nice dann können wir uns nämlich so feld eisenschwerter zu so latten eisenschwerter macht hier ist direkt schon heißen hier auch ja gut hier war noch keiner ich mache schon mal direkt die öfen auf hier ein bisschen hier ein bisschen hier ein bisschen hier ein bisschen hier ist die höhnchen hingeschmissen die verschwenden brauchen wir nicht verschwenden da so jetzt kann ich mir direkt dass man schon mal wieder ein bisschen picket machen du hast du noch viel eisen gefunden also doch ich habe eisen gefunden ja aber gerade eben nicht mehr ja gut ich weiß nicht ich habe jetzt schon die acht eisen worte machen wir direkt schon mal so ein fakeswert ja gut ich habe jetzt direkt ein unverzauberes fakeswert gemacht wir können uns wenn wir scheiße sleckt war gerade jemand an seiner truhe schätze ich mal ja vielleicht ist er jetzt am spawnen denn seine truhen sind glaube ich auch am spawnen es sind die truhen von bauern warte hast du dir auch so ein fakeschwert jetzt gemacht ich habe noch kein eisen doch 1 20 mal die hälfte hier mache ich nämlich auch als war eine pg ist ich weiß nicht ob wir noch mal in netta gehen wollen wollen wir noch mal in netta gehen war das problem an der da ist ich habe schon wieder nur kaum noch essen ja hab ich das essen ist dann ist so dann kann ich mir hatte ich meine ich habe jetzt mal warte ich hier warte nimmt es mal kurz ja geil das darf davon habe ich noch am meisten so warte da kommt das hatte ich fahre essen hier die folge haben waren jetzt nicht so produktiv irgendwie nice ender wenn der hat eine enderpill trupp haben wir beide zwei nice enderpill nice geil du brauchst ja noch spinnen gell wir sind einige aber eine rüstung geht auch hier kaputt ich mache mir jetzt mal drei bücher kann jetzt noch einen bogen geben wenn du bock hast so hier sind überall halt schweine gell ich habe mir mal kurz drei bücher gemacht ja gibst du mir einen davon ab also 1 warte ich verzauber jetzt einfach 1 auf power ja warte ich auf diese riesige freifläche ist mir zu risky ok so dann kurz mein scheißschwert verzaubern auf sharpness dann nochmal ein buch versuchen sie brauche ich nicht erst noch ein enderman so ich habe dann nochmal 20 gut ich bin dann gleich full pot 2 ist der enderman so ich habe noch einen enderpearl ich habe jetzt drei enderpearls ich habe zwei ich bin voll pot 2 jetzt scheiße meine rüstung das zieht richtig hart und ich komme wieder runter ich habe 22 schwein und somit genommen 20 schreien reichen schwein entschuldigung reicht glaube ich auch 20 schwein und auch zehn level für power 4 das heißt aber wir können uns wenn du willst auch so zum rumlaufen karotten anbauen aber was ich glaube ich nicht so gelohnt brauchen wir nicht ich habe jetzt auch mal das ganze essen mitgebracht haben wir heute ein bisschen was anderes mal gemacht ja und ich gehe jetzt auch noch ein bisschen level fahren wie viel er ein bisschen ein buch hier ja warte ich habe sogar noch ein buch da ist liegt noch einer passt aber ich habe ihn gar nicht mit aufgesammelt nein ich kriege eine effizienz drauf dann verzaube ich mal noch schwer auf rückstoß schärfe schärfes aber ich habe eine pick enderpearl du auch hast jetzt auch drei und schocken die hier gerade wenn dann so viel auch jetzt noch ein bisschen level habe ich glaube die kriege ich durch die höchsten die level ich brauche hättest du noch lust auf ein bisschen steaks und ich brauche steaks nicht ja ich habe voll viele ich habe ich habe lieber schwein ich brauche auch noch ein paar level dafür auch noch drei level dann habe ich den zweiten power 4 bogen aber gelbe rasieren richtig grad ich meine so form verzauberungs level so so habe ich ja noch ein bisschen schwein mitgenommen ich fand hier noch schweine vor alter ist richtig behindert mit dem regen ich muss mir halt auch noch auf hier machen ich habe noch nicht mal power 4 geld ist richtig belastet ich würde sagen wenn ich mir power 4 macht den einen dann kannst du ihn so lange benutzen bis ich 19 level ab und auch so machen dann gehe ich jetzt hier zurück aber halt schon nur dann im fight benutzen eigentlich ich kann ja selbst zusammenfügen ich habe ja jetzt schon wieder ich habe jetzt schon wieder sieben also ich brauche noch zwei bögen die endermans finden wir jetzt nicht durch den regen was ziemlich kacke ist ich glaube ich glaube der ist am spawn jetzt mal ganz ehrlich glaube ich nicht ich glaube der öffnet und so geht es auch nicht hin haben wir zurück alter ich gehe jetzt ans bon nein da hast du eigentlich noch ich habe gar keins mehr also doch geschmolzen 9 da müssen wir noch ein bisschen abbauen wenn ich mir geschmolzen hast du da irgendwie nicht so viel gebracht was wir gemacht haben ja doch passt schon ja für männer reicht es nicht für mich ja ich glaube nicht dass wir noch mal tatsächlich reingehen ich auch nicht darum ja ich glaube das kriege ich auch so ich bin jetzt schutz 2 das ja ich bin auch schon voll schutz soll so dann hier noch mal schweine dann benutze ich noch fürs breiten schweine fleisch und du steaks ok ja ich habe von steaks habe ich 44 warte ich fahre hin so ich bist du ja da kommst du wollen wir haben auf ihn warten ja der joint glaube ich jetzt nicht noch mal leute jetzt werde ich angerufen ja ich habe es ausgemacht hier power 3 power 3 so power 4 unser am bus ist weg ja jetzt müssen wir eh noch mal fahren oder ja ich glaube wir haben kein anderes mehr hatte hier ist ein bisschen von dem fleisch da kommt ein zombie wie sich kein zombie kümmern darf man beide sich umdrehen ich habe zwei enchanter alter noch aber ich habe kein anderes mehr ja wir haben doch ein da ich habe noch acht eisen erz ja ich habe neun und leg mal zum schmelzen rein ich baue schon mal den enchanter ja ich habe ihn bekommen was auch gut ist da ich sonst kein einzigen haben die zeit runterläuft ich würde ich sagen alles raus außer kohle ja wobei brauchen wir gar nicht weil ich wenn ich jetzt abläufe können wir eh noch mal was wollen ich nachmachen ich weiß nicht wollen wir uns lieber nicht diese ich weiß nicht soll wollen wir noch mal ein bisschen healing fahren keine ahnung so also dann sehen wir uns bei der nächsten folge ciao 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 ciao